Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es wieder um die Trassierung und wir wollen in diesem Video mal unsere Trasse oder unser Teilstück, hier ist die blaue Funktion zwischen den beiden blauen Punkten, grübungsdruckfrei realisieren. Wir hatten im letzten Video die Übergänge ja schon glatt gemacht, damit es keine Knicke mehr gibt. Und jetzt gucken wir uns mal den Graphen an. Ein Stückchen links von dem Punkt und ein Stückchen rechts von dem Punkt, also den, den wir letztes Mal erstellt haben. Und dann stellen wir uns mal vor, wir fahren mit dem Fahrrad oben auf dem Graphen. Also mein roter Punkt ist quasi jetzt der Hut von oben, mein Mauspunkt und ich fahre mit dem Fahrrad. Dann seht ihr, wenn ich da lang fahren kann, muss ich eine Linkskurve fahren. Also hier bei der 8 fahre ich ein Stück den Weg lang von oben gesehen und ich fahre eine Linkskurve. Und das Blöde ist, dass ich quasi aus einer Linkskurve direkt dann auf die Gerade fahren muss. Und das nennt man den Krümmungsruck. Ich muss also ganz, also ich kann nicht flüssig mit meinem Lenkrad, mit einer flüssigen Lenkbewegung auf die rote. Aber die gibt so einen kleinen Ruck. Das ist zum Beispiel bei der Eisenbahn gar nicht so richtig schön. Da gibt es auch immer so einen Ruck. Die gucken auch, dass die Krümmungsruck frei schienen verlegen. Okay, also das ist der Krümmungsruck. Und den versuchen wir uns auch nochmal zu vermeiden. Und wenn man sich das hier so ein bisschen anschaulich, ja, wenn man so anschaulich bleibt, dann müssen wir irgendwie gucken, dass in dem Moment das Lenkrad gerade ist. Also ich vielleicht sowieso aus einer, von einer Linkskurve sowieso in diesem Punkt gerade in eine Rechtskurve fahren. Dann hätte ich das Lenkrad sowieso gerade, gerade, gerade und dann würde das passen. Und was muss man dafür machen? Dann sind wir bei den Bedingungen. Also ganz grundsätzlich gelten natürlich die Bedingungen weiter, die wir vorher gemacht haben. Also damit die Punkte überhaupt, oder damit die, sich die überhaupt in dem Punkt treffen, müssen sie erstmal nahtlos sein, die Übergänge. Damit die Knicke raus sind, müssen sie glatt sein, die Übergänge. Das bleibt. Und jetzt kommt noch was dazu, nämlich die zweiten Ableitung müssen auch gleich sein, in den beiden Punkten. Und dadurch ergeben sich wieder neue Bedingungen, nämlich sechs Stück jetzt. Die ersten, also die alten Bedingungen in Anführungsstrichen bleiben natürlich auch wieder. Und jetzt kommt hinzu, dass die zweite Ableitung an der Stelle 6 gleich 0 sein muss. Und die zweite Ableitung auf der rechten Stelle bei dem Punkt 12 auch gleich 0 sein muss. Da diese beiden Funktionen da auch den Wert 0 haben, denn sie sind ja nicht gekrümmt. Okay. Jetzt mal was zu der allgemeinen Form. Weil jetzt tritt noch das erste Mal so ein interessantes Phänomen auf, dass die Schule da mit ihrem Buchstaben an ihre Grenzen kommt. Also ich bleibe mal hier unten erstmal. Allgemeine Schreibweise, also die allgemeine Form so gerade. Und dann seht ihr, meine Funktion heißt F2. Und wenn ich jetzt eine Funktion 5 und gerade es haben will, weil ich habe ja oben sechs Bedingungen aufgestellt. Das heißt, ich benötige entweder sechs Buchstaben. Seht ihr, ich komme es F. Oder ich muss die Bedingung minus 1 ergibt den Grad der Funktion 5. Und ihr seht, jetzt wird es unschön. Denn ich habe jetzt das F sowohl als Koeffizienten hier hinten mit drin, als auch oft als Funktionsnamen. Da wird aber ganz oft einfach drüber weggesehen in der Schule. Das hier mache ich da auch mit der Schulversion gleich weiter. Schön wäre, wenn man es dann verhindern kann, dass man entweder hier das Ding nicht mehr F nennt, sondern vielleicht G. Dann kommt man erst beim sechsten Grad wieder dahin, dass man es auch nutzt. Oder jetzt sieht man auch, warum nachher, wenn ihr weiterführende Schule, also Uni, FH, warum die so eine Schreibweise wäre. Dann nehmen sie die Koeffizienten und nennen sie einfach alle pauschal A. Und die werden dann durchnummeriert. Das hat den Vorteil, dass ich dann nicht mehr in diesen Buchstabenkonflikt komme. Deswegen habe ich hier oben mal gute Schreibweise. Und hier unten so ungünstige Schreibweise hingeschrieben. Also an der Schule ist dies völlig legitim, weil das ganz selten nur vorkommt. und bei der ersten Ableitung guckt, dass FH auch direkt schon wieder weg ist und nicht mehr stört. Aber, wie gesagt, hier ist ein bisschen unschön an der Stelle. Und deswegen geht man später, wenn das dann Terme sind, die noch länger werden, auf diese Schreibweise droben. Okay, aber bleiben wir mal bei dieser schulischen Schreibweise mit ABCDEF. Einmal ableiten, dann bekomme ich diesen Term nochmal ableiten, denn ich brauche jetzt auch die zweiten Ableitung jeweils. Und dann einsetzen, wie in den Videos davor auch. Das Gleichungssystem ist jetzt nicht mehr so richtig schön. So sieht es aus, wenn ich jetzt sechs Gleichungen, die ich daraus generieren kann, indem ich die Eigenschaften da einsetze. Diese so ein Gleichungssystem ist natürlich, naja, das ist nicht nur noch mit dem Taschenrechner lösbar, aber sollte man unbedingt mit dem Taschenrechner lösen. Habe ich auch gemacht. Das jetzt noch mit Gauss, das dauert dann eine Weile. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal in so einem Gleichungssystem verrechnet, ist nicht gerade gering. Okay, also, Gleichungssystem habe ich dann mit dem Taschenrechner gelöst. Also hier, Punkt, 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 Punkt. Das Ergebnis, was rauskommt, ist dann folgendes. Ihr seht hier oben, die Zahlen sind auch schon nicht mehr so richtig schön. Und der Taschenrechner, den ich nutze, hat zwölf Kommastellen. Nur deswegen hören die Zahlen da auf. Wahrscheinlich sind sie noch ein bisschen länger. Okay, aber wie gesagt, es geht nicht um das Lösungsgleichungssystem, auch weil Sie das mal nachvollziehen wollen. Dann habt ihr die Lösung auch. Dann spielt es aber für die Betrachtung der Krümmungsruckfreiheit keine große Rolle. Dann habe ich jetzt mal für den Term, den ich mir herausgeschrieben habe, einfach mal auf fünf Kommastellen alles begrenzt. So wird er dann aussehen, meine Funktion, die ich herausgekommen habe. Also A, B, C, D, E und F. Hier steht es ja, einfach an die Stellen eingesetzt. Der Term, den ich gebaut habe, oder den ich trassiert habe, gilt ja nur von sechs bis zwölf. Deswegen schreibe ich das ja hin, dass das nicht der Graph der Funktion nur in diesem Bereich meiner Straße abbildet. Und RIP, dann bekomme ich sowas hier raus. Ich lasse den Termblatt auch noch mal. Und jetzt sieht man das, was ich so ein bisschen gemeint habe. Der blaue Term von sechs bis zwölf ist jetzt der, den ich trassiert habe. Das kann man aber so unterschiedlich ist der zu dem anderen ja auch nicht. Das stimmt, aber hat einen großen Vorteil. Ihr seht, wenn ich jetzt wieder von oben mit dem Fahrrad hier drauf fahren würde, hätte ich hier eine Linkskurve, eine Linkskurve, eine Linkskurve und hier eine Rechtskurve. Und genau in dem, wo ich von der Links- und der Rechtskurve bin, da habe ich das Lenkrad ja gerade, also da fahre ich sowieso gerade gerade aus, für einen ganz, ganz, ganz kleinen Moment. Und da dockt jetzt die gerade Stelle an. Und unten dasselbe. Auch hier komme ich, wenn ich runterfahren würde, von in der Linkskurve, 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 fahre ich in der Rechtskurve. Und genau in dem, da dockt dann das Teilstück F3 hier an. Und somit habe ich keinen Krümmungsruck mehr. Ja, so viel zum Krümmungsruckfreien Übergang. Das soll es nämlich schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.